Und jetzt gehen wir zum Tischtennis, und zwar zum TTC 1946 Weinheim, die ab der kommenden Saison ganz oben spielen werden in der Bundesliga. Jetzt haben sie schon zweimal auf ihr Aufstiegsrecht verzichtet, diesmal aber nehmen sie es wahr und haben sich kräftig verstärkt. Mit ihr hier, Sophia Klee, ein deutsches Top-Talent und nicht nur sie haben sie geholt, sondern auch Bruna Takahashi, die als neue Nummer 1 der Damenmannschaft auflaufen wird. Brasilianerin, 20 Jahre alt, Nummer 47 der Weltrangliste und sie wird damit eine der Top-Spielerinnen in der Damen-Bundesliga sein. Und mir zugeschaltet ist jetzt Christian Säger, der Vorstandsvorsitzende des TTC Weinheim. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, die Bundesliga wird es also sein ab der kommenden Saison, die erste Liga. Sie sind jetzt bereit für dieses Abenteuer. Jetzt ist es aber schwer, auch gerade finanziell zu kalkulieren in Zeiten von Corona. Warum gehen Sie trotzdem jetzt die Bundesliga an? Ja gut, es hat spezielle Gründe. Der TTC Weinheim ist, hat dieses Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Wir sind 1946 gegründet und haben die letzten zwei Jahre jeweils den ersten Platz der zweiten Liga belegt und auf den Aufstieg verzichtet. Und jetzt im dritten Jahr, mit dem Jubiläumsjahr, haben wir unseren Vorstand besprochen, um trotz Corona den Schritt zu wagen. Und sind alle sehr gespannt, was uns ab September erwartet. Sie haben sich dafür auch verstärkt. Ich habe es vorhin schon gesagt, Bruna Takahashi, die heiß umworben ist, Nummer 47 der Welt. Wie haben Sie es geschafft, die nach Weinheim zu locken? Ja, ein kleines Schmunzeln, kleines Lachen. Ich kann das... Jetzt sind schon ein paar Tage vergangen, aber es war trotzdem eine große Überraschung für mich. Weil natürlich streckt man die Fühler nach einer neuen, starken Nummer 1 aus und hat verschiedene Spielerinnen angesprochen. Aber dass es dann mit der Wunschkandidatin geklappt hat, war ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Und ich denke, für das Weinheimer Publikum und für unsere Zuschauer eine sehr, sehr attraktive Spielerin. Und ja, für uns als Team die Stabilität, das, wie wir brauchen werden, um die Klasse halten zu können. Dazu gesellt sich das Nachwuchstalent noch mit Sophia Klee, gerade erst 18 Jahre alt, aber gilt ja als große Nachwuchshoffnung. Was versprechen Sie sich von ihr? Ja, erstens von ihr ist eine deutsche Spielerin. Leider das Thema Corona. Ich hoffe, dass es ab September besser wird, wie vorhin schon angekündigt. Aber die deutsche Spielerin hat natürlich auch den Vorteil, dass die Anreise zu den Spielen einfacher sich gestalten kann, wie jetzt für eine ausländische Spielerin. Und zweitens ist sie, wie Sie schon gesagt haben, eines der größten Talente in Deutschland. Und ich denke, dass sie sich bei uns sehr gut weiterentwickeln kann. Und Andreas Dörner, haben Sie auch noch einen neuen Trainer. Wie werden jetzt auch die nächsten Wochen aussehen, wenn sich die Mannschaft auch noch finden muss? Ja, wir sind täglich in Gesprächen mit dem Andi Dörner, hier in der Nähe eigentlich von Weinheim aufgewachsen. Und wohnhaft habe ich einen super tollen Menschen, auch einen fachlich kompetenten Menschen gefunden mit A-Trainer-Schein. Er wird sich jetzt mit mir darum kümmern, wie wir unsere Mannschaft für die Runde ab September fit bekommen. Und ja, ich denke, dass wir freitags vor den Spielen immer versuchen, ein gemeinsames Training zu veranstalten, zum Kennenlernen. Und dass wir dann gut vorbereitet in die Spiele am Wochenende gehen können. Dafür alles Gute und vielen Dank, Christian Seger. Ja, auch vielen Dank an Sie. 1. 2.